Herzlich Willkommen in den neuen WWS News Diesmal habe ich etwas interessantes Diesmal wieder von King of the Seas Ich habe etwas davon gepostet Es geht um das Schiff Slava Ich habe es mir kurz mal übersetzt Es war so ein bisschen ja hier mal dort Aber Wenn ihr Englisch gehört Könnt ihr kurz auf Pause drücken Auf ganze Details gehen nicht ein Wir haben ein bisschen rumprobiert Die wurden wahrscheinlich Zusätzlich andere Schiffe Irgendwie so ähnlich Gameplay Aber hier wird es nicht Darauf eingehen Die Slava bekommt 91.800 HP Panzerungsplatte 32mm Also hier wird es ja nochmal erklärt Wegen die Kreml Ah ja hier gibt es ja 3x3 406mm Reichweite 22,7km Nicht schlecht Ist ein bisschen mehr wie die sonst Schlachtschiffe Damage mit HE Und 40% Abwachschancen Aber Damage 13.450 Das klingt nicht schlecht Ladezeit von 30 Sekunden Durch ein Modul wird es ein bisschen reduziert Und ich denke mal wird es ziemlich interessant Komplette Drehung Äh sind 30 Sekunden Maximale Streuung 200 200 276 HP und HE 870 Sigma wird von 1,9 Ist so ziemlich sehr Sehr ziemlich okay Kann man sich nicht beschweren Sekundärie Warum wird sich plötzlich Sekundärie aufgelistet 6km Die Sekundärie ist eigentlich komplett Braucht man eigentlich gar nicht Ist auch so eine Sache Aber 30 Kloten schnell Komplette Drehung 1.900 Ruderstellzeit von 16,3 Und Tarnwert 16,7 Uuuu Okay Ja ich denke mal mit Tarnungsmeister und Co Kommandor hat ein paar passende Wert Äh mit Aufdeckung 13,7 Flugzeug Und Abfahren durch Nebel 16,2 Aber es ist interessant Damage recall Und Repertur hat seit Krieg das Ding nun Hm Und so sieht das letzte Schiffchen aus Ja Wie die anderen Russischen Schlachtschiffe Es wird ja auch Wird auch ein bisschen geklärt Wenn ihr keine Pause drückt Sondern ein bisschen zurückspielt Und da wenn ihr auch Englisch Sprich also mal Englisch könnt Könnt ihr das nochmal rumschalten Aber so auf die ganze Detail und Textbevue Gehe ich nicht Nicht drauf ein Genauso wie mit den Schiffsnamen So jetzt fangen wir bei den Amrikanischen Schiffen an Wenn ihr angefangen Lese ich nicht den Namen Sonst wird es Nur zu lange Der Japan Der amerikanische Zerstörer Und Panzerungswert von 9 19 Millimeter Mann Ich mache Die drei Videos in einen Schritt Gerade So Battle 4x1 127 Millimeter Reichweite 12,6 Maximile Damage 1800 Abstand 5% AP 2900 Jo 2100 Mann Und Reloadzeit von 3,3 Sekunden Klingt nicht schlecht Wir haben keine Schiffe Ich habe die Amrikanische Schiffe Gar nicht Überhaupt nicht Kann ich dazu Leider nichts sagen Torpedos 4x4 533 Millimeter Maximile Damage 16.633 Kilometer 9,2 Torpedos Schwindigkeit 55 Kronen Ich bin nicht so fertig für solche lahmen Torpedos Milozeit Fast von 100 Sekunden Kloperte Drehung Torpedos Sichtbarkeit bei 1,1 Kilometer Flugabwehr Wird hier ein bisschen beschrieben und Co Und ja Brauch ich nicht so drauf eingehen Könnt ihr mal auf Pause drücken Könnt ihr selber durchgucken Speed 36 Kronen Komplette Schiffsdrehung 500 560 Meter Ruderstellzeit von 3,4 Sekunden Aufklärungsrate 7,2 Flugzeug 3 Kilometer Abfolgen bei Nebel 3 Kilometer Also Fliegen Flugzeit ist dasselbe Durch den netten Timel wird das schön angepasst Damage Recall Party Smoke Granaten Hat das nette Ding Motorboost Und DEFA Uuuuuh Es sei es für Progress Es sieht aus wie ein T9 Premium Schiff Freit sich 4XP Oder Premium Shop Kohle Stahl Wattwattich Aber Es sieht ziemlich aus nach einem Benson Torpedos 4x4 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 Echt? Das Ding hat echt 4x4 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 Hier 돼요 8x4 5x4 4x4 5x4 5x4 6x4 6x5 5x4 Das muss ich mir gerade übersetzen lassen. Das ist mir eine neue Panzeranordnung. Aber das ist mir gerade ein Schnups. Muss ich mal gucken, wie das auf Deutsch heißt. So auf Englisch. So, Hauptparty 3x3 310 Millimeter. Reichweite 21,3. Ey doch. Das ist weiter als die Steiningrad glaube ich. Eieieiei. Bis jetzt ist es glaube ich... Bis jetzt ist das Schiff was am weisesten schießen kann. Von den Kreuzern. So mit ohne 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 alles. Okay. Das wird ziemlich interessant. So. He-Shan 5100. Abwagschrauben 27. AP-Shan 1650. Reload 20 Sekunden. Und die Kuppertäturmdrehen in Geschwindigkeit 36. Maximale Streuung 217. He- und AP 836. Sigma von 2,05. Was ist das für eine komische Anordnung? Äh. Heeeee. Das ist sehr interessant. Und das sind Torpedos? Oh. Okay. Das ist sehr interessant. 4x4 610 Millimeter. Dämlich 23.000. Reichweite 12 Kilometer? Speed fast 17 Klonen? Okay. Das ist ein interessanter Anordnung. 4x4 4. Das ist sehr interessant. 4x5 510 Millimeter. 1x5 510 Millimeter. 5k-5. Ja. 5. 5. 6. 5. 3. 5. 11,7 Reperturparty, Hydro FAA, Sporting und Reperturparty Hydro 3,5 bei Schiffen und 5 Kilometer für die Topedos Ne Für Schiffe 5 Kilometer und Topedos 3,2 Das ist nicht schlecht Bei der Asuma, wo ich das Team vorher eingekündigt habe Das Schiff auf Team 10 Das war der erste japanische Kreuzer Was richtig auf A spielen konntest Aber durch den ganzen CV-Rework wurde es leider umgehändert Dankeschön Aber immer noch Werkprogress Jetzt kann sich noch alles ändern So dieses nächste Gegenspiel von Asuma aus Der Tarnung sieht echt nicht schlecht aus Hier sind die Topedos Schade So fast mit den Schiffen Aber ein bisschen hinter Ich denke mal so abwurffinger wie die Sau würde ich dann behaupten So Jetzt kommt das heiß geliebte Yudachi Ich wollte kein Schiff nennen Aber Yudachi wurde so hardcore in Facebook gefeiert Und Co Ja Ich lass mich überraschen Das Ding soll 13.200 HP bekommen Passungsplatte 16mm Batterie 1x1 Und 2x2 127mm Warte mal Ist das jetzt Das muss glaube ich jetzt die Secretary sein Was hier steht Ich glaube das muss die Secretary sein Ich glaube das muss die Secretary sein Oder oder wie das ist das Aber Also Das ist ja Hopp Nein Warte mal Dann muss ich mir auch mal gucken Dann bin ich ein bisschen verwirrt Ach hier hin ist das Total Aha okay Irgendwie ein bisschen verwirrend Doch Hauptpartei Und Und Ja Äh Egal Das Ding hat 11.8km Damage 2150 Damage Abwachschance von 9% HP Schaden 2200 Reload 9 Sekunden Yay Für ein T7 Ist das ein interessanter Interessanter Wert aber für mein Geschmack 9 Sekunden Ne Sorry auf Wargaming Aber das ist zu lange Schreib doch gleich eine fette Zehn drauf Okay Es ist alles World Progress Aber 9 Sekunden ist mein Geschmack zu lange Ey Das fühlt sich an Wenn man gerade an Kreuzer sitzt Okay Das ist reiner DD Von der Ich will gucken gleich mal die ganzen Werte an Tobensunschwindigkeit Komplätze Streuen von den Geschützen 104mm Äh 104mm 104m Und Feuergeschwindigkeit 950 Und HP Genauso sieht man von 2 Torpedo 2x4 610mm Damage 17.233 Und Reichweite 15km Alter Für T15 Was 2x4 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 1x4 3x4 3x4 4x4 2x4 3x4 4x4 5x4 3x4 3x5 3x4 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 4x4 3x4 5x4 5x4 3x4 4x4 4x4 3x4 6x4 und Abfall durch Nebel 2,4 Damage Recorder Party geht das Ding und Nebelgranate und Motorboost Wer sagt, so sieht das nette Ding aus Aber, wie gesagt, ist alles wohlbegriss Aber, neun Sekunden, aber echt Schmeißt doch halt gleich eine Zehn da ran und lasst das Ding wie ein Kreuzer spielen Das ist schon eigentlich für meine Die restliche Japaner haben schon so lange Reload, aber das ist schon ein bisschen zu lange Aber, jetzt fangen wir an mit französischen Zerstörern Ich habe gesagt, das ist Work Progress Und Yudachi wird wahrscheinlich ein Premium Schiff, wie man sieht Oder ein Cooler Schiff Irgendwann wird es irgendwann werden Jetzt fangen wir mit dem französischen Zerstörer an Was wir im ersten Video gezeigt haben Das Ding hat 11700 HP Pansonsplatten von 10 Hauptpartei 4x1, 130mm Fast alle Schiffe Leiderzeit von 6 Sekunden 725 Meter pro Sekunde 2x3, 9 Kilometer Kann man sagen, wie die anderen Schiffe fast alle AA, 33 Klonen Teilwert von 7 Kilometer Ist ein Schiff So sieht das eigentlich aus Wie der normale Hauptbaum, aber ohne Nebel Aber ich denke mal, das wird irgendwie Wie die Eisnerungen erinnert werden Aber es wird dann Es wird dann anscheinend Ein Premium Schiff Oder sowas, was ich Ein Schiff für ein Auge oder Ein Schiff, was integriert wird Aber es wird Es weiß man jetzt wirklich nicht Es ist einfach krass So, weiter frisch Französische Kreuzer Ein Kreuzer kommt jetzt bei den Franzosen Ein Premium Schiff Tier 8 Das hat man, glaube ich Das letzte war dick krass auf Tier 6 Aber sie wird ziemlich interessant 34.700 HP Panzerungsplatten von 30 Und 25 Millimeter irgendwas noch Und Hauptbatterie 4x3 152 Millimeter 17,4 Ok Mit den Werten Bei den französischen Kreuzern Hat man ungefähr Wert von 200 Vielleicht hat es ein bisschen kleiner Kleiner Aber ich denke mal Es ist Also Ich denke mal, das kann man mit Trägerzwinner bestimmt auch noch spielen Wird es nicht so lustig Ich glaube Das kann sein, dass das Schiff andere Kanonen kriegt Aber Ist eigentlich noch ein Test Doch So Maximale Damage Abwachstanz von 12% Und AP Schaden 330 Ladezeit von 7,5 Sekunden Äh Komplette Tum Trio Schienigkeit 15 Sekunden Maximale Streuung 153 Geschwindigkeit mit AP und HE 800 870 Siegmehrwert von 2 Torpedos 2x3 Damage 14.833 Torpedor Reichweite 9 Kilometer 16 Knoten Schnell Äh Wie Komplette Durchdrehung 7,2 Torpedos Sichtbarkeit bei 1,3 Hier Hier Secondary Flugabwehr Also Nicht richtig weiter interessiert So 34 Knoten Schnell Komplette Drehung 730 Meter Rudelstellzahl von 9,3 Sichtbarkeit 12,2 Durch den Teilungsmaß und Co. Wird alles reduziert Er kriegt Demonstration Cold Party Hydro Death AA Motorboost Und Widerbooster Ah Yeah Widerbooster Okay Bei den Bei den relativ kleinen Kaliber merkt man das nicht so Wenn dann gerade Kreuzer Freizeit der Zeit tut das schon weh Aber Bei diesen kleinen Kaliber Boah Da muss ziemlich sehr nah dran sein bei den Kreuzer irgendwie durch zu kommen Aber das War es soweit So ist das natürlich Dette Schiffchen aus Ja Sieht wie wieder Andere Schiffchen Aber diesmal ist es ganz auch eine Tarnung Aber Es ist alles wie gesagt Alles wird begrenzt Es kann sich in den Stats und Co. noch alles ändern Schiffsland können noch ändern Und sonst irgendwas Aber Aber Es kann noch alles noch schön werden So Wir sagen Das war die Schiffsvorstellung von den King of the Seas was die so in Werbung gebracht haben Das alles habe ich in drei Videos in einem Abend durchgezogen Und ich muss noch was trinken Mein Mund wird noch trocken Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Noch einen schönen Abend Und Deswegen Wie eure Meinung ist es Wie die Schiffe jetzt alle werden Aber Es wird alles noch getestet Es kann noch alles ändern Und wir sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao